Ja, hallo und willkommen zur 19. Folge Supremacy 1914 mit Südafrika auf der 100er Karte. Wir haben es, Tag Nummer 34 und wir stehen auf Platz 1 mit 325 Siegpunkten. Ja und es ist jetzt viel passiert in den letzten ein, zwei Tagen oder so viel jetzt auch wieder nicht, aber es ist doch ein bisschen was passiert. Und zwar, wir konnten hier oben die Flotte größtenteils besiegen. In Mexiko ist jetzt noch dabei, sich zurückzuziehen. Kolumbien wurde über Nacht komplett besiegt. Wir können mal in die Zeitung gucken. Wir sehen jetzt hier auf gegen Brasilien sind wir mittlerweile bei 500.000 besiegten Soldaten gegen 390.000. Das ist ein okayer Schnitt. Bei Mexiko sieht es nicht ganz so gut aus, aber immer noch positiv. Und gegen Kolumbien, da sieht es am besten aus, da haben wir 180.000 verloren, aber 463.000 gewonnen. Und damit können wir definitiv zufrieden sein. Und ich sehe auch gerade, wir haben etwas Spionage im Land. Und da müssen wir auf jeden Fall gleich entgegenwirken. Wir gucken jetzt aber erstmal hier bei den ganzen Geschichten, ob wir hier noch irgendwo was verkaufen können. Entschuldigung, das muss ich jetzt unterdrücken. Wir machen hier mal 28.000 und werden hier mal ein bisschen was verkaufen. Wo wir hier eigentlich auch 29.000 verkaufen könnten, aber naja gut. Gut, da ist es, hat geklappt. So, dann brauchen wir jetzt erstmal ein bisschen Gegenspionage. Und zwar hier in der Ölprovinz. Spione, wir holen uns mal sechs Stück. Machen hier mal zwei rein. Wir gucken hier mal, wo es noch ist. Und hier ist es auch noch. Okay, auf unser Öl haben sie es also abgesehen. Das ist ja nicht so nett. Dann machen wir einfach mal drei. So, gut, dann werden wir hier aber auch direkt meine Eisenbahn in Auftrag geben. Also allgemein bin ich immer noch dabei, hier unser Eisenbahnnetz zu erweitern. Also es kommt täglich neue dazu. Das ist auch sehr gut. Das ist auch vor allen Dingen auch sehr wichtig. Wir brauchen halt die Eisenbahn. Das ist auf jeden Fall ein sehr wichtiger Wirtschaftsfaktor. Der sich auf lange Zeit definitiv auch bezahlt macht. Wir werden gleich mal noch ein bisschen Kohle nachkaufen. Das sollte aber nicht das Problem sein. Hier die Eisenbahn wird gebaut. Hier ist sie fertig. So, hier können wir sie noch bauen. Gut, und dann machen wir erstmal hier die Kohle. Und kaufen hier ein bisschen ein. Ja, ich weiß, wir könnten auch hier unten relativ billig einkaufen. Aber das ist jetzt nicht ganz so dramatisch. Wir haben genug Geld. Ressourcen sind auf jeden Fall ordentlich da. Ich vermute auch, ich werde dann in den nächsten Tagen, wenn jetzt hier das alles wieder vernünftig läuft und ich merke ja, die Fabriken sind beschäftigt, werde ich wahrscheinlich auch mal noch mal ein, zwei Fabriken wieder in Auftrag geben. Da müssen wir dann einfach mal gucken. So, Bomber haben wir jetzt leider nicht mehr genug Holz. Das ist okay. Wir haben erstmal dann genug Bomber. Wir haben ja auch noch ein paar in Auftrag gegeben. Wir können gleich nochmal, also ihr seht ja hier, was alles gebaut wird. Und da kann man auf jeden Fall zufrieden mit sein. Und das bin ich auch. Und das ist auch so völlig in Ordnung. Also unsere Produktion läuft wirklich auf Hochtouren. Und wenn wir auch gucken, wir haben Tag 34. Ne, da können wir nicht gucken. Aber wir hatten ja vor zwei Tagen die Statistik und da hatten wir ja schon mal reingeguckt. Die sieht ja wirklich sehr gut aus. Auf 34 haben wir jetzt hier, genau, also von den Industrienationen sieht es auch sehr gut aus. Da haben wir ja 760.000, knapp 210.000 Vorsprung zum Zweitplatzierten. Das ist Mexiko, also unterm Strich wirklich sehr zufriedenstellend. Und ich würde auch sagen, wir sammeln jetzt hier unsere Armee. Die wird jetzt heute nochmal Zeit bekommen, sich auch wirklich zu sammeln. Und dann würde ich sagen, werden wir die morgen dann losschicken. Und werden mit ihr dann versuchen, hier in Mexiko, beziehungsweise in Südamerika zu landen. Und dann bin ich auch sehr gespannt, wie weit wir kommen. Bin aber auch da recht guter Dinge, dass wir das hinbekommen. So, und dann werden wir hier immer noch ein bisschen auf Getreide gehen. Oh, ich glaube sogar Fisch war mehr... Ne, Getreide ist mehr wert. Gut. Oh, Verzeihung, dass ich hier wieder so müde bin. Aber ich habe die letzten Tage, ich kriege echt momentan wieder wenig Schlaf. Das ist nicht so angenehm jetzt in der Zeit, wo ich das hier aufnehme. Also seht es mir bitte hoffentlich nach, wenn hier vielleicht mal eine kleine Pause drin ist, weil ich gehen muss. Und hier sieht es auch so aus, als ob das hier beschädigt wurde, meine Eisenbahn. Dann werden wir hier auch dann nochmal eine Spione reinsetzen. Ja, ansonsten sammle ich noch eine zweite Armee hier im Osten. Und die soll dann hier rüber gehen und soll Kasachan unterstützen. Gegen die Chinesische Republik. Wer die sich hier so ein bisschen festsetzt und leider auch ordentlich was an Goldmark einsetzt. Da wollen wir ein bisschen gegensteuern. Das werden wir auch definitiv machen. Da bin ich auch recht guter Dinge, dass wir da dann vorankommen. Aber da müssen wir jetzt erstmal gucken, wie wir das dann am besten jetzt anstellen. Ich vermute mal, wir werden es so machen, dass wir hier landen und dann hier im Süden versuchen durchzubrechen. Da müssen wir einfach mal gucken. Ich habe jetzt hier eine kleine Armee gesammelt. Die ist auch relativ stark. Hat zwölf schwere Panzer dabei. Jede Menge Infanterie. Also ich denke mal, die sollte schon ein bisschen was reißen können. Müssen wir mal gucken. Im Zweifel, wenn wir sie verlieren, aber halt hier gut Schaden gemacht haben, dann ist das auch in Ordnung. Da kann ich im Zweifel mit leben. Am Ende zählt das Team und das Team ist am wichtigsten. Genau. Das heißt, unsere Pläne stehen erstmal fest. Wir gucken, dass wir jetzt hier vorankommen. Werden unser Bestes definitiv geben. Ich werde auch mal hier an der Küste wieder ein paar Flugfelder bauen. Das könnte auch nochmal wichtig werden, dass wir hier ein bisschen Reichweite generieren. Aber momentan will erstmal wieder unser Internet nicht, beziehungsweise das Spiel nicht. Naja gut. Also sprich, das mache ich dann gleich, sobald es möglich ist. Wie sieht denn eigentlich unsere KD- und Durchschnitts-Bural aus? Da können wir auch nochmal gucken. Wir haben 93% Durchschnitts-Bural. Das ist sehr gut. Na 1,88 KD. Damit bin ich auch zufrieden. Provinztechnisch, ja, die KD ist ja immer sehr, sehr gut. Also ich denke, wir können damit auf jeden Fall leben. Und von den Punkten technisch her, kriegen wir glaube ich auch momentan wieder ein bisschen was dazu. Also auch von daher ist es erstmal eine ganz gute Sache. Und genau. Plan ist es jetzt hier überzusetzen. Ich werde wahrscheinlich in Französisch-Agerien versuchen zu landen. Die haben dann nur noch eine Provinz. Ich glaube, hier oben haben sie auch noch eine. Algerien. Französisch-Agerien. Ja, die breiten sich hier oben aus. Okay. Nachdem ich die ja von Afrika hier komplett besiegt habe. Genau. Und damit würde ich sagen, steht erstmal wieder ein grober Plan. Wir wissen die grobe Richtung. Und ja, damit würde ich sagen, bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.